Wussten Sie, dass hier ein kleiner Junge ertrunken ist? Er konnte nicht gut schwimmen. Die Anwälte schenken dem Fall keine Beachtung. Oh mein Gott! Man hätte ihn beobachten sollen, jede einzelne Minute. Was? Wissen Sie, er war mein Sohn. Sein Name war Jason. Und heute hat er Geburtstag. Was? 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 Was?